Was' up everybody! Willkommen zu einer neuen Folge von Legend! mit Basti! Und immer noch äh mein zweiter Cont am Start hier, weil Basti immer noch nicht eingerankt ist. Wenn ich eingerankt werde, könnten wir auch niemand zusammenspielen, weil ich ja dein Platinum bin. Scheiße, ich hab mich... Ah fuck... Hab mich äh Fail eingekauft, ich hab keinen Support-atom. Fuck off. Ja, sonst hab ich gedacht, du wärst Weiger Mitte, ne? 30 Sekunden bis die Minions spawnen. Ne, bei ihr noch ein bisschen Dranks-Farm, wa? Bei ihr Summoners... Oh nö! Elektrisieren... Oh nö! Ach ja! Wollen wir mal... ...eine Sweet Lux mit einer schönen Ash. Tja Kiki! Huh, die hat ein bisschen mehr Damage gefressen als ich. Aber es ist ja kein Farm gefällt. Ich bin sehr stolz auf dich Basti. Und der Kali hat nur 6. Man sieht es einfach direkt so... So 12 zu 7. So Freunde. Oh! Oh! Never wanna do it! Never wanna do it! Oh Gott! Seju! Ist das dein Ernst? Kannst du über Wand daschen und whatever. Also place spot, place. Oh Gott! An enemy has been slain! Good job! Nah! Jaaaa! Disrespect der Vertrag schon. Okay. Hab ja nicht im Rollstatt geschrieben. So 24 fahren wir in der dritten, vierten Minute. Ja, vielleicht schaffst du ja die 1000 whatever. 1500. Vielleicht geht das Game ja auch, keine Ahnung, 90 Minuten. Aber ich hoffe nicht, Alter. Ist das nicht so gut im Late Game? Doch, guck mal. Guck mal, natürlich. Fass mal ja. Das ist was anderes. Im Gegensatz zu Akali eine Gutgang. Ich könnte die Akali One-Shotten, aber trotzdem. So, wie viel hat's auf 19? 19 hat die gute. Jaaa! Jaaa! Ich hab Mana Flow! Juuu! Oh, da ist er wieder! Da ist er wieder! Sehr gute alte Setschu! Bäh! Alter, wie lange geht Mana Flow? Wie hält das... Wie lange hält das an? Keine Ahnung. Ist ja die ganze Zeit bei mir! Bei mir ist mein Balken einfach ganz halt hell-blau. Ich bin gleich voll Mana! Jaaa! Endlich hab ich immer auch wieder hier... Damage gemacht! Warte! Ja, aber Mana Flow ist es doch gar nicht... Ey, Mana Flow ist doch anders! Ach, keine Ahnung, oder? I don't know. I don't know! Uuuu! Ist das schon Top-Man? Jaaa, damit schon! Jaaa, noch mehr schon! Jetzt hab ich schon... Uuuu! 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 So, jetzt war ich das ein bisschen zu spät, aber jetzt kommt mein Support-Item. Achtung. Uuuu! 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 Weeeeee! Uuuu! Jaaa, ja! Uuuu! 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 I sort of agein dir were, na so ist der top laner der rasiert einfach komplett könnte sein dass die sportline kommt die er ist ja mitte dann mache ich ja ist gut aber hier war einer das war ein bisschen knapp nein nein pack 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 ich weiß Du bist so ein Ossi, Alter! Oh, das mag ich! Du hast kein Geld. Ich dachte, er hat das was. Ich denk mir so, hey, was labert man? Was hat der denn jetzt für Krempfalter? Schade. Oh, jetzt hab ich meine Ulti. Ab die Post. Und ich hab meine Schuhe gekauft zwischendurch mal. Damit ich gleich mal ein bisschen schneller auf den Füßen bin. Weil Fizz hat ja kleine Füße, da muss man ein bisschen beheben. Nein! Ja! Good Job! Nein, die macht den Pink Whack. Oh lol, die flasht auch noch. Plays are real, man! Alles klar, okay, dann doch kein Assist. Danke fürs Aufdecken, dadurch habe ich sie gesehen und konnte meine Ulti werfen. Ja, sieh sie, weil ich jetzt noch ein C-Tooner. Ja, äh, 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 ich komme. Ich musste Flash noch mal tot gewesen. Hast du Ulti alles? Nee, nee, hab ich nicht. Alter, wie viel Schaden die bekommt. Ja, ich bin low eigentlich könnte... Ich hab Fähigkeit stärken bekommen. Alles gut. Ja. Und ich hab's unten verwendet. Ja, voilà! Ja. Alter, war knapp. Und ich hab's mit im Korin. Ey! Ey! Ich hab den nicht getroffen. Ich glaub ich hab mit dem Akkord noch gar nicht so viele Gems, die ich irgendwie auf Level habe. Das ist Bodken. KUSCH! Alles klar! Woll ich auch mal wegrasiert. Äh, rasiert. Alright. Bitte noch mehr. Bitte noch mehr. Der Tappel. Ping. Gleichzeitig. Imagine, it comes to me. Oh! Ignite raus. Oh! 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 Das war's für heute. O-O-O-O-O-O Jetzt mach doch was draus, alter! Ist das jetzt dein Ernst? Okay, äh, TP out. Boah, äh, das ist bei uns, bei euch irgendwo. Na, so, Spotline, oh, 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 oh. Ja, genau! Ich versteh halt nicht, warum ich da die ganze Zeit... Ach, Mann, Afflobent hab ich doch dabei! Alter, mach mal Arsch, ey! Oh, come on! Niiiice! Niiiice! Ja, ne, ist klar, alter! Alter, die wurde one-shotet von der Ulti, oder was? Von meiner W und der Ulti. Also E-W-Ult. Ich bin mit der E raufgekommen, die Ulti ist mit meiner W, die ich dann auch gemacht hab, äh, geplatzt dann. Läuft bei dir! Aber ich glaub, die Ulti hätte sie auch so gekillt. Bin mir aber nicht sicher. Dann flasht er auch noch. Ah! Die Luchs will nochmal spüren. Du. Die hat noch nicht genug. Dann hau rein! Schatzung. Dieser Dauerjump von der Akali ist echt nervig, ey. Das ist halt die Ulti. Ja, weil das Aufladung hat, also so viele, das ist... Das ist klar. Alles klar. Du hast die Ulti. Ja, die war unsichtbar, da konnte ich keine Ulti reinknallen. Ich komme. Ey, das gibt's doch nicht! Ja, oh, gegessen. Oh, lol. Wie der da alle wegböllert, ey. Das ist Frühgold, ne? Das ist Frühgold. Ja, stimmt. Ja, bis jetzt mal auf der Borderland. Ja, aber irgendwann haben sie keinen Gold mehr. Ne, die Akali bringt mich, glaub ich, schon fast gar nicht mehr. Die Ash! Die könnte noch folgen. Die hab ich ja getötet. Oh Gott! Ach, Ash! Aufpassen! Oh, lol! Oh, lol! Hat nicht ganz gereicht. Die hat ein bisschen mehr Iris-Tense gekauft. Unlucky, Mann. Unlucky. Oh, die Ulti! Komm nach unten! Oh, Luxult auch raus. Zwei Ults raus. Oh, lol. Oh, mein Gott! Oh! You have slain an enemy. Your ally has been slain. Der Elo, ey. Oh, fuck! Ja! Das denk ich mir aber auch jedes Mal, Alter! Diese Elo! Ey, das ist der Wahnsinn! Diese Elo macht mich fertig, ey. Your team has destroyed a turret. listed 2212, Alter. Ohhhhhhh. Hey! 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 Ich hab den gar nicht richtig gesehen Was? 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 Bishivana hat Da ist leider nicht so viel Damage vorhanden, wenn ich Support bin. Ich muss mir ein paar Teilwohnungen reinhauen. Dann hast du mehr Damage. Spaß. Was war das denn? Er wollte mich anstürmen. Das sah ich nicht ein. Dann bekam er einen rein. Und sie auch. Ne, der Marsch. Bleib drinnen, bleib drinnen. Oh, doch die Heal, Alter. Geht der nochmal rein, Alter. Was ist denn los bei dem Jungen? Ja, ich wusste, dass da noch eine Ash-Ulti kommt, Alter. Da kommt einfach alles. Kannste knicken, Mann. Was macht der denn? Was? Unser Cockmaß noch ein bisschen scheiße. Nein, 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 nein. Ich bin tot. Chita, aus dem rahmen. Kannst du dich aus? das war ja mal richtig geiler aber gestern ich hab ja noch ein hextech nein 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 oh mein god all down what wait what wait what wait fucking was ich bin einfach noch weggekommen mit zehn leben oder so oh jemini und enemy has been slain your team has destroyed an kassidy cool down oh easy let's go oh 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 an ally has been slain oh 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 Wow, let's go boys Alter, guck mal, wie meine Leiche da liegt, ein paar Meter weiter Oh, ne Oh, da gibt's noch mal eine Echt zu killen Hilfe Hilfe Einstein Einmal Das war's für heute. Shut down. Man, ich hasse es. Warum sind da so ne Bots, ey? Oh, Bots. Oh, Rakali. Sehr gut. Oh, come on. Ist jetzt nicht der Ernst. Oh, come on. Oh, come on. Was ist das jetzt? Tja. Lol. Oh leise, Alter. Das war noch mal ein Game. Ich sag tschüss und auf Wiedersehen. Ich bin ein bisschen gefreut. Tschüss. Ciao.